Hier präsentieren wir die besten Fernseher-Tests. Lass uns anfangen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video. Liste zu Startnummer 5. Hisense H55E 6400 138 cm 55 Zoll LED Fernseher. Mit Zugang zu Streaming-Lösungen wie Netflix, Amazon Video, YouTube, Max Dome, Rakuten Television, Magine Television, den Mediensammlungen der öffentlichen und auch privaten Television-Kanäle sowie vielen anderen Apps bietet der Hisense H50E 6400 LED TV-Film und auch Sammelfollower. Für den Standard-Fernsehempfang ist ein Dreifach-Tuner für Luftfernseh-Fernsehen nach der aktuellsten DVB-T2-HD-Anforderung, Kabelfernsehen und Satellitenfernsehen leicht verfügbar. Mit dem Hisense TV und seiner Ultra-HD-Auflösung zieht eine echte Kinosensation in Ihr Wohnzimmer. Moderne moderne Technologien wie HDR, 4K Upscalling und auch ein All-Natural Color in Hand garantieren ein gestochen scharfes Bild mit realistischen Farben. scharfen Kontrasten sowie einem hohen Informationsniveau auf diesem Gerät. Nummer 4. Sony KD49XE 8500 123cm 49 Zoll Fernseher. Wenn Sie von den neuen Möglichkeiten der Sprachsteuerung begeistert sind, ist die Sony KD49XE 8005-Television für Sie. Es funktioniert mit Amazon Voice ID Alexa und kann mit Ihren Alexa-fähigen Geräten verknüpft werden. Sie können Ihren Fernseher ein- und ausschalten, das Netzwerk transformieren, die Lautstärke verwalten sowie viele andere Einstellungen per Sprachbefehl vornehmen, ohne die Fernbedienung zu verwenden. Dank der Motion Flov XR-Technologie ist auch bei schnellen Aktivitätsszenen kein Qualitätsverlust zu erkennen und es gibt auch keine Unschärfe oder Geisterschläge. Mit diesem Gerät und auch seiner Ultra HD Auflösung von 3840 X 2160 Pixeln müssen Sie ein echtes Kino-Feeling auf dem Sofa zu Hause mit dem Sony TV bekommen. Für mehr Informationen, überprüfen Sie die Beschreibung unter dem Video-Telefon. Halbzeit unserer Liste Nummer Dritter Samsung Nu 7099 125 cm 50 Zoll LED Fernseher Das vierte Design in unserem Artikel-Vergleich, der Samsung Nu 7099 LED TV, ist auch ein moderner Fernseher. Es hat einen dreifachen Tuner, so dass Sie Fernsehprogramme über Antenne, Satellit oder Kabel ohne zusätzlichen Empfänger empfangen können. Ein Chip-Plus-Steckplatz ist für die Entschlüsselung von HD-Inhalten aus exklusiven Netzwerken verfügbar. Mit dem Wiese TV mit LAN-Anschluss sowie WLAN-Komponente haben Sie ebenfalls Zugriff auf Streaming-Dienste, Mediensammlungen, Video-On-Dement-Angebote, Anwendungen und anderes Material aus dem Netz. Darüber hinaus können Sie den 50-Zoll-Fernseher von Samsung mit einer Videospielkonsole wie der PlayStation oder Xbox verknüpfen und auch für PC-Spiele verwenden. Sie können Computerspiele auch schnell über Steam-Link auf Ihr Television streamen. Eine spezielle Spieleinstellung muss sicher sein, um ein paar Dinge zu nennen, flüssige Aktivitäten und auch ein reibungsloses Videospiel. Mit seiner Ultra-HD-Auflösung und auch modernen Innovationen wie HDR, Pure Color und auch Uteamming verwendet dieser Television von Samsung ein präzises sowie detailliertes Foto mit ausgezeichneter Schattenstärke. Nummer 2. Samsung Mu 6199, 108 cm, 43 Zoll Fernseher Wenn Sie in der Regel Streaming-Dienste wie Netflix, Prime Video Clip, YouTube, Max Dome, Zatoro oder die Mediensammlungen verschiedener TV-Netzwerke verwenden, könnte das Samsung Mu 6199 TV eine Option für Sie sein. Der Clever-Fernseher mit einer Display-Diagonale von 55 Zoll bietet Zugriff auf mehrere Apps, Streaming-Lösungen und Video-On-Demand-Anbieter. Sie können TV-Material mit dem integrierten Dreifach-Empfänger über Antenne, Kabel oder Satellit ohne Außenempfänger abspielen. Auch das Uteamming trägt nach Angaben des Herstellers durch seine besonders hohen Schwarzwerte und verbesserten Kontraste zu einer deutlich besseren Fotoqualität sowie einer glasklaren Reproduktion bei. Dies erzeugt eine Residenz-Kino-Umgebung auf der Wohnzimmer-Couch und auch Sie müssen die Fähigkeit haben, Ihre Television-Nächte viel mehr zu schätzen. Der Samsung TV ist mit drei HDMI-Anschlüssen, zwei USB-Anschlüssen, LAN und WLAN sowie einer Chiplus-Benutzeroberfläche ausgestattet. Eine Druckknopfsteuerung sowie Anweisungen sind im Lieferumfang enthalten. Und die Nummer 1 unserer Liste. Philips 55PUS 7805 12 55 Zoll Fernseher. Das Philips Ambilay 55PUS 6704 12 LED Television gibt Ihnen ein echtes Kino-Feeling in Ihrem Wohnzimmer. Nach Angaben des Herstellers sollte der Bildschirm mit einer Diagonale von 139 cm ein messerartiges und gründliches Foto mit praktischer Schattenerholung offenbaren. Der 55 Zoll Fernseher ist mit einer UD-Auflösung von 3840 x 2160 Pixeln ausgestattet. Ein Schwerpunkt des Philips TV ist das dreiseitige Ambilay, das die Schattierungen des Displays auf die angrenzende Wanoberfläche projiziert und es Ihnen ermöglicht, noch tiefer in den Film einzutauchen. Das macht das Display auch größer und bietet Ihnen ein echtes Display-Feeling. Darüber hinaus hat diese Version HDR10+, Dolby Vision sowie Dolby Atmos, um sicherzustellen, dass die Bildwiedergabe noch praktischer sein muss, so der Lieferant. Das wird zwanzigiert. Vielen Dank.